ja leute heute habe ich was ganz besonders und zwar light of destruction ist zurück sie gibt es wieder erhältlich und wir können das ganze eröffnen und da freue ich mich mega drauf zunächst einmal wir haben hier nicht den trick bedeutet also wir haben sie ein bisschen schwerer das ganze zu öffnen aber das kriegen wir das ganze eröffnen und ich freue mich sehr dieses set wieder in der hand zu haben ist natürlich ein alter klassiker habe ich in der kindheit also man könnte wirklich sagen kindheit so lange gibt es jetzt schon ich habe es geliebt und das besonders natürlich wir haben hier die möglichkeit auf eine ghostware das ist super nice unter anderem licht verpflichtete allgemein super coole karten und auch karten die sogar obwohl das hat schon so lange existiert sogar noch relevant sind also karten die man wirklich noch spielen kann von daher let's go so gesehen hier so ist es jetzt sieht so hübsch aus wir fangen ja an das ganze hier zu öffnen so wir haben hier noch mal eins mal gucken welche nostalgischen karten wir hier eben ziehen werden wir gehen natürlich ja rein karte ist da wunder flipper hier zu beginn arcane macht ja leute natürlich wir haben hier auch die arcane macht karten wieder drin super schön super toll dann haben wir würfel untergang des landes hier sind schon mal eine karte die wieder sehr interessant ist denn ja wähle eine spieler zauberkarte von dein deck und aktiviere sie das war eine karte die lange zeit zusammen mit mystic main eben gespielt wird dann haben wir als rare hier zerstörung zerstörungsstörung um genau zu sein und ja leute hier ist nicht immer eine super rare drin hier ist eine rare kann feuchtgebiete und dann kurzschluss ach batterien aber ja auch batterien mit batterien männern das das waren auch zeiten als die deck haben wir hellen maske ja leute helden gab es schon sehr lange gladiatur akkanemann zauber und gladiatoren geurig ist auch super gute karte super nostalgisch und natürlich auch eine karte die sehr sehr lange eben in der touristen hier szene vertreten war oder haben wir wieder batterie mann batterie mann mikrozelle ja ich wusste noch ich habe einen kumpel mal äh zusammen damals batterie mann gehört ja das deck geliebt und haben natürlich dann rumprobiert was man so mal keine macht und da haben wir noch mal keine macht und wir haben wahnsinnige gardiner ja das ist natürlich wahnsinnig dass wir die karte jetzt gezogen haben wie gesagt ein rare ist ist hier nicht garantiert immer drin und hier licht verpflichtete der krieger der krieger licht verpflichtet von urteilstag als secret rare das wäre natürlich auch richtig hübsch ähm aber wir werden mal sehen was wir hier alles ziehen und was wir pokal des asses eine karte super cool auch natürlich auch für master duel immer man kann damit richtig interessante decks bauen weil man eben eventuell zwei karten ziehen kann und zwei karten ziehen ist immer gut damit lichtbarriere wo man dem arcana macht effekte eben nutzen kann dass sie garantiert den effekt hat bekommen den man möchte auch eine karte die natürlich perfekt zu dem archetype passt so wir wollen aber mehr licht verpflichtet haben wir wollen die licht verpflichtete ziehen und wir haben hier nur da können auch damit auch gleich die licht verpflichtete die wir haben wollen und zwar die beschwören hier sehr sehr hübsch und packen wir hier zur seite ich würde gern vor was will ich mit leila solar wiederaufladung ist gar nicht so leicht hier was man was haben will man will am liebsten alle haben natürlich arcana macht stecksatz und und mobile kanone ja aber sowas waren und natürlich noch ein paar licht verpflichtete volkern stimmt hier ist auch volkern der sturm drache drin ach leute ich fühle mich zurückversetzt in meine kindheit untergang glücks ersatz kröte jetzt natürlich hier auch drin beziehungsweise auch drin natürlich ist sie hier drin aber ich meine auch wieder möglich zu spielen was eine lange zeit auch nicht möglich war von daher ist passiv set oh nein und ja da haben wir das nächste highlight würde ich sagen vulkanische königin eine karte die sehr sehr lange nicht gespielt wurde aber dann doch seine plays gesehen hat vor allen dingen auch eben in pearly von daher super nice karte ja beschwörungs limit man liebt sie oder eben nicht dann illusion als rare und dann haben wir sturm und feuchtgebiete so weiter geht's ja schon die hälfte hier durch und es ist wirklich warte mal oh leute wir müssen eins machen wir müssen eins machen jetzt sagen sie eigentlich was macht er jetzt achtung frische karten einfach schön so weiter jetzt ja licht verpflichtet wir wollen göttliche ritter ist nicht eigentlich verpflichtet natürlich auch mit akon sondern leila und wohl ich weiß nicht ich weiß auch nicht gefühlt will ich einfach jede karte haben von daher jetzt natürlich ein bisschen schwer vulkanische königin die zweite und von tom brache als ultra wir hier drin natürlich ultra es gibt auch secret dress auch und auch theoretische ultimate dress meine ich von daher wir haben hier volle brandweite mal gucken ob wir das ganze ja auch ziehen werden oder eben nicht so hell maske die glücks und der marienkäfer aber das erinnert mich einfach an duelle in speed duel ja leute und speed duel gibt es nämlich auch den goldenen ringkäfer und da ist die karte ziemlich gut so weiter geht es hier wir haben jetzt die hälfte genau also ist das zwölfte pack und wir haben sie morgen vogel des ans später gibt es noch eine finstere version davon hier jetzt aber eben nicht die finstere version und wir haben noch noch mal das ganze und aufrichtigen ghost ja nein wir wollen nicht gar nicht so hohe ansprüche haben wir wollen einfach ein urteils das habe ich gesagt das will ich haben so kommen oder sache bitte zu mir nicht immer nicht immer muss es mehr wollen manchmal manchmal muss man ist auch einfach mehr wollen deswegen würde ich sagen urteilsrache 123 let's go oder eine hellen explosion auch nein leute da kann ich euch eine geschichte erzählen ich bin auf eine deutsche meisterschaft gegangen habe elementarien gespielt mit another neos und mit dieser karte und man muss sagen das deck war nicht das beste deck zu dem zeitpunkt aber es war ein deck was auf jeden fall eine gute chance hatte so das deck selber spielt aber sehr wenig monster was natürlich schon mal eine sache ist womit man dann das risiko begeht dass man eben kein monster zieht aber das deck an sich war sehr gut ja und dann habe ich die karte gehabt und das deck gespielt und ich glaube ja es war ich also ich war nicht so gut mit dem deck würde ich sagen weil ich einfach keine monster gezogen habe dementsprechend ja da die karte gibt mir immer erinnerung an dieses event aber war am ende trotzdem nice event aber das war natürlich ein bisschen ja ich könige noch mal hier und noch mal eine rare so wir wollen jetzt aber wir wollen jetzt hier kommen bitte 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 warte man muss es wollen urteilsrache 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 da hat er flammen knapp vorbei nein nicht ganz vorbei ist ganz weit vorbei aber komm wir haben noch ein paar packs ja noch ein paar packs und urteils o maximum sechs joey wheeler sind da aus würde ich sagen ja der die security karte beschworen man weit manchmal fragt man sich wo kommt diese karte denn hier ja da kommt sie nämlich ja ja manchmal muss man ein bisschen fühlen um herauszufinden wofür das ganze eben hier oder wo das ganze her kommt dann der untergang des landes noch mal beschwörungslimit ist auch die dritte jetzt oder so und der urteils ein wolf ja ein wolf nehmen wir doch mit das ist ja hier zum heulen ich höre auf beschwerungsumkehr auch eine karte wie auch viel verbinde ein ein effekt im karten von friedhof wiederzuholen also monster von friedhof wiederzuholen und da gab es nicht so viele optionen früher und da war die karte sehr interessant weil es eine gute möglichkeit war von daher eine karte die eben auch mit der erinnerung weg ihr merkt erinnerungen sind auf jeden fall da und die wir ziehen ulti oh da geht das geht glatt auf den hals eine ulti es ist so ja man kennt nur dass man aus ots packs hier das ganze zieht aber jetzt hier eine ulti das ist natürlich ein highlight würde ich sagen ich bin auch nie zufrieden bis ich den urteilsdrachen ziehe und bis ich den urteilsdrachen ziehe ich sag doch leute mal muss es nur gewollt man muss es wollen urteilsdrache ja okay also leute ich bin komplett durch ich als ob ich den wirklich ziehe wie unwahrscheinlich ist das denn egal egal das nehme ich natürlich dankend an urteilsdrache da ja das ist jetzt bin ich ja komm mal jetzt verrutsche ich schon hier jetzt verrutsche ich hier schon ins set dann haben wir hier noch mal band der wiedergeburt aber noch zwei packs haben wir einfach den urteilsdrache let's go aber ich bin happy ich bin happy ich bin happy ich bin ja egal was kommt jetzt ich bin happy und jon angriff und jon monster ja auch diesen zeitpunkt hatte noch gar nicht so viele karten vor allen dingen hatten sie ein paar gewisse kann ich und zwar abc ja natürlich später ein sehr starkes union deck und jetzt zu guter letzt hier das letzte pack was haben wir hier und zwar wir haben ooooh froschiges kraftfeld ja frosch auch ein deck allgemein frösche ne also ne gratulio aus und so frösche sind immer noch da aber ja leute wir gehen hier noch mal durch aber ich glaube ich habe meine highlights hier schon gefunden wenn mich in urteilsdrachen und ihn an wohl und nummer sechs und ihn ja das sind meine highlights für mich persönlich hier einmal da kommen wir machen das hier machen das jetzt hier machen das jetzt hier so so oder zache kommen sie mir so kamera dauert auch bis fällt liegt da urteilsdrache ja 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 leute light of destruction hier noch mal light of destruction gibt es jetzt wieder hier jetzt verhältlich super super nice freut mich sehr sehr kindheit erinnert auf jeden fall und sehr schön dass man das set hier noch mal eben kriegen kann dann auf jeden fall konami das ganze hier öffnen durfte und mir bleibt nichts anderes übrig zu sagen als ich wünsche euch jetzt natürlich einen wunderschönen tag und wie immer viel spaß bei du ja